Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Äh, ja, ich suche nach wie vor den Speicher, ob Dings, wo haben wir denn gehabt? Ich hab das voll vergessen. Äh, ja, was jetzt nicht so gescheit ist, weil ich sollte eigentlich schon mal wieder speichern und ich hoff mal da rein. War das hier? Ja, das war schon da, ne? Nur wo war das zum Festhalten da drüben, ne? Hui. Ja, das war schon da. Alles gut. Unbedingt speichern bitte. Ja, das lief einfach sehr gut. So, jetzt bin ich zufrieden. So, wieder ein galanter Sprung. Sehr galant. Freigeschaltet ist da noch alles, meine ich. Karte? Wo ist die denn? Da. So, da haben wir noch alles. Gibt's da unten? Warte, warte, wo sind wir hier? Ja. Wir sind von da gekommen, tut, ne? Diese Munition haben wir nie mehr gebraucht. Da waren wir auch noch nicht. Da ist sowieso die hinten zu, okay? Das heißt, da herunten. Würde sich's anbieten. Wow. Ich bin im Eck hängen geblieben. Es tut mir leid. Und? Wenn's clashed? Aha, okay. Ich dachte schon, wenn's irgendwann explodiert, dass der mitstirbt. Lol. Ein Kontrollepunkt. Wie schön. Ein Kontrollepunkt. Aha. Okay, warte, ich muss mal die Karte kurz. Die Minigun hat Futter-Juice. Auch nicht schlecht. So, ich glaub, wir sind hier irgendwie in einer Sackgasse, hm? Dann würde ich sagen, wir gehen halt wieder, ne? Da wär vielleicht doch... Wo war denn der andere Weg? Der da drüben wär besser gewesen, nehm ich mal stark an. Der hier. Und der da. Und da waren wir nämlich noch nicht. Wow. Die lassen wir viel schwerer gehen, würde ich sagen. Äh, die Energie-Dings da. Die nehmen wir schon klein. Alter, was hast denn du? Der hat... Au! Ja, aber Treffen ist damit auch ne Kunst. Bei mir halt. Alter. Alter, okay. Was geht da grad ab? Was? Teufel? Okay. Kann man das abschließen? Ich hoffe mal. Okay. Gut, der ist auch erledigt. Granatenwerfer. Na, endlich. Ich hab gewusst, es muss sowas geben. Wow. Haha. Hahaha. Das soll jetzt ernsthaft durch... Das soll gehen. Das geht echt. Au, au. Au. Alter. Okay. Wow. Okay, es geht. Hätte jetzt... ...so neblich. Ist er hier? Ich hab' aber 13 Leben. Fuck. Oha. Na, wie so denn? Na, da werden wir laden. Das werden wir laden. Jo. Das klappt, das geht so nicht. Auf keinen Fall. So. Also laden. Da. Ja. Ja. Wow, ich hab das Elen jetzt mal erwischt. Schön. Das heißt, da drüben können wir uns sparen. Wir können gleich hierher marschieren. Karte, bitte. So, danke. Hier waren wir aber auch noch nett, oder? Achso, das ist nur für unten drüben rauf, ne? Ja. Dann, ja, bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen da weiter drüben. Ja, fliedest du? Danke. Weil der Lef muss ich sagen. Ah, okay. Dann hat er auch schon. Wuscht da. Ja. Granatenwerfer. Au. 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 Rotten. Okay, der ist hinten. Wir haben noch Leben. So, mit was machen wir weiter? Ich denke mal so. Die war fährt nur Schlangen, die war noch. Ich fürchte, die ist auch nicht deutlich gut geeignet. Die vielleicht. Ja. Aha. Wie ist jetzt da gerade die Wand rausgebrochen? Aha. Was, der ist hier? Schön. Das war gut. Der hat sich gerade komisch angehört. Im Buch fallen. Wahrscheinlich ist nicht die Hüfte rausgefallen. Oder die Szene. Genau, das könnte auch sein. Dass die Dritten einfach rausgefallen sind. Das ist ja auch, ne? Ohne Kompetenz, kannst du es vergessen. So. Ja, wo kommen sie jetzt alle her, bitte? Alter. Jetzt ist aber nur hier. Muss die Grunde jetzt sein. Aber da oben schon. Ja. Ja, ja. Was ist das? Hin, 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 hin. Boah. Ah, da ist noch einer. Ich glaube, da brauchen wir was hier. Was? So, wo ist er denn? Ich bin keinem, wie so ein... Das ist doch ein Kettenbeast, oder? Ja, ja. Ist er hin? Jo. Ich habe noch was härteres. Boah, meine Lieben, ne? Meine Lieben, meine Lieben. Wow. Aha. Au. Aha, da wäre ein Rucksack gewesen. Aha, da ist so ein Ekelwasser. Okay, dann sind wir hier fertig, ne? Schön. Muss man nicht lebend hier rauskommen. So, mal speichern, wenn ich schlecht echt... Ah, warte. Falscher Weg. Da lang. Schau mal, ein Portal. Ja, ich soll mal rein. Gehüpft. Schau mal, was haben wir denn da? Ja, wieder Feuer. Schönes Feuer. Nicht gutes Feuer. Gehenwerfer ist ja cool. Au. Scheiße, da wollte ich zu viel. So. Ja, 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 ist klar, ne? Alter, jetzt fläcke ich da drin oder was. Okay, nicht so ungestüm. Lass dir Zeit, Alice. Lass du dir Zeit. Okay. So. Okay. Schön. Na, nix schön. Schön. Und das soll sie ausgehen. Ui, der Kahn. Ja, geht sie aus. Wow, wie schön. I am two. Und 100. Wow, da weich. A Ruhe ist da. Ich will diese Schnippel-Schnappel. So, da lang, ne? Ja. Ich verletze mich selber mit dem Zeug, ne? Das ist aber nicht sehr toll. So, wir sind jetzt wieder im Hauptraum eigentlich, ne? Das bedeutet, die gute Zocki darf speichern gehen. Das werden wir sofortigst machen, ich schwöre. Und einmal umdrehen. Nein, nicht umdrehen. Und da ist er. Ui. So, sofortigst speichern. Alter Schwede. Ja. Hier. Und ja. Schön. Sehr schön. So, Karte. Wir müssen wieder darüber. Und darüber. Und da hier. Und da gehen wir. Warte. Granaten holen. Würde ich sagen, gehen wir gleich da runter, ne? Na, die Gratler? So. Da ist noch einer. Jetzt schauen wir, was wir da haben. Tada. So, eine kleine Minigun, die dich auch abspeichern sollen, vielleicht haben. So, wo geht's denn da jetzt eigentlich weiter? Ah, hier, hier, ich bin nur blind. So, sonst geht's mir gut. Oh, da ist noch ein bisschen. Oh. Hätten wir die schon etwa begutzen sollen? Ah. Ja. Das habe ich auch nie bedacht. Die Waffe abspeichern. So. Servus. Ja. Ich bitte drum. Ja. So. Zurück. So langsam haben wir so viel Waffe, dass ich mich schon fast immer auskenn. Ist ja schön. Ist ja sehr schön. So. Das soll ich mir jetzt da schnappen. Ja. Ich mach das jetzt schon ganz toll. Ja, ja. Ich hab mich gesperrt. Von dem her, bis ich da oben bin, hab ich die Lärm verbraten, die ich gebraucht hätte. Wow. Super. Ah, da geht's weiter. Ach so. Das muss man auch wissen, ne? Ne, so, ne? Okay. Seas. Wah. Seas. Blup, blup. Blup, blup. Blup. Ich hab keinen Schimmer, wo es schlau wäre, zuerst lang zu marschieren. Was höre ich die Waffe jetzt draußen? Die wollte eigentlich gar nicht. Die wollte für so Endgegnertypen aufbewahren. Wie, da hat's richtig oder falsch? Oder richtig falsch? Oder nur halb falsch? Oder viertelfalsch? Wow. Käfer. Ja, okay. Das hätte ich mir jetzt sparen können, so auf die Art. Ich wollte eigentlich nichts besser haben, ob er diese Hobbitur zerlässt. Und so. Explosionsmunition. Aha. Na super. Ja, ich weiß nicht. Hallo, ich weiß nicht. Du scheiß Käfer. Wo ist denn mein Granatenwerfer? Was haben Sie hier? Nein. Der da oben war nicht so. Aber jetzt, ist schön. Ist das sogar schön? Okay. Okay. Wenn ich mich nicht immer selber damit umbringen würde, ne? Aber die spawnen so immer wieder, ne? Krass. Okay, da geht's dann. Ja. Wahey, ne? Wah, wah, wah. Das sind so eine Scheißviecher, ey. Fürchterlich. Katastroph, furchterbar. So. So. Und jetzt? Speichern. Boah, ich glaube, ich träume. Wie schön. Ähm, da draufhauen. Jo, eigentlich. Freitag, können wir schon. Boah. Hui. Aha. Na, du bist böse. Hab ich schon gesehen. Okay. Böse? Na, nicht da. So. Ich wollte eigentlich so und so. Gut. Wer hat's auch erledigt? Hi. Passt. Das Ahi. Was bist denn du? Der hat jetzt aber ordentlich ausgehalten. Was bist denn du? So eine Art Basilisk, hm? Tut mir leid, wehlein. So. So. Fast. Der ist ein. Hi, 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 hi. So. So und so. Und da unten ist da nichts mehr. Okay. Oh, killi, do, killi. Da haben wir. Ich hab noch überhaupt keinen Schlüssel gefunden. Boah, ey, ne? Ja. Ah, das ist zum Schreien, ja? Ich hab noch keinen Schlüssel gefunden. Mal so nebenbei bemerkt. Das heißt, ich werd das Ganze dann irgendwann mal nochmal spielen dürfen. Hm. Hm. Wink. Ja, Mini-Gun-Munition. Sehr schön. Okay, wegs mal lieber um, die Waffe. Ähm. Hi, 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 hi. Wink. Da war tatsächlich ein Viech. Jo, ähm. Oh, wah. Das war die erste, das war, ey, ich bin Panee, ja, ich bin auch geschickt und so, ne, wissen wir eh. Oh, was bist du denn du, bitte? Achso, das war diese Schwimmdinger. Immer hat so komisch ausgeschaut. So. Ja, und jetzt, ja? Wohin? Keine Ahnung. Ah, da wäre das gewesen. Da haben wir noch was zu entleben. Und hier, was haben wir da? Nichts mehr. Jawohl, da haben wir noch etwas lieben. Pfff. So. Uuuh. Wer? Äh, die wollte ich nicht. Ist ja wurscht. Äh, ich wollte eigentlich die Karte haben. So. Weil ich mit dem gelben Pfeil eigentlich besser erzählen wollte. Eigentlich. Ja. Halt. Halt. So. Aha. Oh. Du dämliches Flugviech. Pischen. Furt. Du müsstest picket auch noch sagen. Jo. Wow. Ich hab grad nicht so den Schimmer. Ob ich da eins wieder... Ich mein... Au. Ähm. Ähm. Ah, da drüben hätte ich hingemusst, oder wie? Da ist mir auch was. Schon mal da. Achso. Lol. Ja, sag einmal. Geht ja. Okay, dann ich weiß schon da drüben richtig gewesen. Pau, 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 pau. Dann ist es hier richtig. So. Jo, aber wie jetzt? Runterhüpfen? Wahrscheinlich, ne? Au. Jawohl. Also, da sind wir jetzt wieder. Oh. Ich glaub, Runterhüpfen war nicht so schlau. Ich glaub, das war ganz und gar nicht schlau von mir. Oh, oh. Ich glaub, das Kruhti-Mafelhaut ist wichtig. Wenig Leben, ja. Gratuliere. Ah, okay. Ja, ja. Keine Ahnung. Momentan. Wo es der Weitergehen tut. Zwei Leben. Zwei Leben haben wir nur. Das war ganz schön weit hierher zu kommen, oder? Zwecks Neuladen und so. Scheibe. Scheibenkleister. Vielleicht hätte ich auch nur, vielleicht bin ich hier sowieso verkehrt und ich sollte eigentlich ähm, hier hin vielleicht. Oh, warte. Viech. Jawohl, die Viech ist eingegangen. So. Vielleicht muss ich so irgendwie da her. Überhaupt jetzt. Ja, mein, im Wasser war mir ja schon. Ach, warte, da unten. Warte mal, da oben noch was. Na, das hat nur so ausgeschaut. Entschuldigung. Ja, ja, da kommen die Gratlerviecher. Auf und weise. Ja, sind wir dann hier quasi fertig? Das verwirrt mich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Au. Hätten wir uns das nämlich ein bisschen gerade sparen können. Eigentlich. Auf und weise. Hm. Granatenwerfer. wieder ganz groß hätte wahrscheinlich schon gepasst von oben da runter zu hüpfen da nicht den Raum rein ich glaube das hätte schon gepasst soll ich jetzt hier zurücklaufen oder oben raus ich denke oben raus das hätte scheinbar schon gepasst darunter zu hüpfen und dann weiterzukommen wieder zurück zum Hauptraum quasi weil ich habe keine Ahnung was wir jetzt bewirkt haben eigentlich ich habe irgendwie das Gefühl ich habe gar nichts bewegt ach so da kann man stimmt warte ich lad nochmal ich lad nochmal da hatten wir eh da hatten wir eh den also den Speyerbund so mal hätte es einfach nochmal schön und sauber ich bin schön au so viel zu schön ja so viel zu schön und sauber wie gesagt da war eh nix wow wieso das das ist besser glaube ich was gewarscht Rehlein ich danke dir für dein Leben dann noch ein Leben da waren jetzt zwei Dinos und jetzt jetzt kommt es da wow 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 so passt geschafft das nehmen wir mit ich möchte kein Leben verschwenden wie gesagt nur weil ich schusselig bin da lade ich gern nochmal neu weil einerseits muss ja quasi meine dummheit bestraft werden und andererseits hat es ja auch einen kleinen minimalen Lerneffekt für mich vielleicht im besten Fall Lerneffekt Zocki und Lerneffekt ja genau oh was war eine Rüstung eine Rüstung wie schön eine Rüstung ich mag es sehr sehr gern sehr sehr toll tschüss jo ähm jetzt war es ah da schau ich bin so blit da kann man hoch ja drüben das habe ich wieder fein hinbekommen na gehts bisschen drüber aha jetzt nimmt er so gut aha ist wieder klar schön ok man kann nämlich nicht nach links und rechts klettern das ist völlig unmöglich da 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 Schlüssel soviel dazu ich finde keinen Schlüssel an ha 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 ja ha achso jetzt ist er weg scheiße da hat es nämlich noch das eine oder andere Plus für uns gegeben das möchte ich selbstverständlich gerne mitnehmen ha 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 so so la la ha 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 abgekratzt, wie es das gehört, so wie da unten auf. So ist fein. Ich hab schon wieder einen Floschenkreis. Es ist unfassbar. Wo kommen die ganzen Flöschen her? So. Verkehrt. Darüber. Ich und meine Orientierung. Jaja, ich weiß. Ja. Da hoch hüpfen geht nicht, oder? Ah, von oben nach unten hätte ich hüpfen können. Ich bin so doof. Ich bin so doof, weil da ist noch was Tolles, glaube ich. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Da irgendwie, ne? So. Ein Schalter sogar. Aha! Aber sagt's mal, Leute. War das jetzt keine wunderschöne Punktlandung? Das war eine wunderschöne Punktlandung. Oh, ja, ja. Oh, ja. Im Turon. Der will mich schon wieder hauen, der Graschen da. Keine Bier. Ah, ja. Durchgewinnen. So. Was? Ich hab schon gedacht, da geht's nicht weiter. Von wegen. Natürlich geht's hier weiter. Natürlich. Ist das giftiges Wasser? Ich hoffe nicht. Ich müsste nämlich mal runter. Schaut nicht so aus. Übrigens, wenn sie ja die ähm wenn sie die W-Taste ab und zu zusätzlich drückt, dann wow, taucht sie schneller. Ich tauche wieder hoch, glaube ich. da so ein Stück. Da. Da unten am Boden wäre wieder was Tolles für uns, ne? Na, nicht wirklich. Schwupp. Schwupp. Wir brauchen Luft. Mal, wer das so aus Weines langt. Ja. So. Aha. Was haben wir denn da tolles? Munitionchen. Minigun-Munition. Und was zum Speichern? Oh, wie schön. So, bitte gerne. Das sagen wir ganz sicher nicht nein. So, jetzt geht's uns gleich leichter. Uh, und der Part ist auch zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Jo, nochmal Sicherzahl und drüber speichern. Jo. Perfekt. Na gut, das war's dann eben, wie gesagt, für heute. Ich bedanke mich wieder mal von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Momentchen, ist das schon der Ausgang? Ne? Ach, ne, hör auf. Ist das jetzt noch ein Boss? Ja gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.